Das ist Karma, Fabian, das ist Karma. Ja, aber hat mich richtig gelohnt. Das ist Karma, ey, das ist Karma. Hallo und herzlichen Glückwunsch zu einer weiteren Runde Mario Kart mit den üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel Erik, dem Mathe-Mann Fabian, Captain Slow, Misch und mit dem, dem ich Beef hab mit Trissi. Warum haben wir eigentlich Beef Trissi? Naja, weil du mich hast. Achso, du hast mich doch auch. Ja. Dann ist da alles gut. Passt doch, oder? Ja. Denk schon. Oh, jetzt hab ich Panik. Oh, jetzt hab ich Panik. Ah, nein. Ich hab nicht gemacht. Oh Mann, das war meine Box, Erik. Nee. Oh Mann, Tobi. Das war ich nicht. Das war Captain Slow, war das. Oh oh. Oh oh. Einmal dran vorbeigefahren, ja kein Problem. Ja, für dich. Ach Mann. Gerade ist der Wind gerade. Ja, Erik. Bist du ungeschützt gerade, sagste? Das ist lächerlich. Ich fahr extra nach außen. Das ist nur du. Oh Mann. Das ist so... Ah, da kommt die rote Schnaublech. Ah, blauer. Fabio. Haha. Tobi. Ach Mann. Ich war doch gerade erst kurzzeitig. Komm, mein, zieh doch machen. Oh. Oh. Ich hab' dir das gemacht. Ich hab' dir das gemacht. Ja, wo musst'n du da gedriftet, Erik? Ja, also ich verdriftet wie mich, weil ich mich weggerammt hat. Da sind jetzt drei Bomben auf 20 Meter abgedrückt worden, ey. Alles kaputt gemacht, schon wieder. Oh Mann, keine Box. Oh Mann. Nein, ich fahr Scheiße. Mann. Tobi kann sich belassen. Hä, hä, hä. Das ist so ein Huhn. Ach so, nee. Das ist doch so, ich dachte schon, jetzt kommt so irgendein Bot von hinten noch an. Das ist hier halt mal, die sind so Hervor und da ab. Das macht's doch schlimmer. Ja, Fabian hat drei grüne. Da kommt bitte hier, ja. Ich hab' nichts zum anzugreißen. Aber ich hab' den geblockt, aber warum freust du dich? Wow. Boah. Oh. Ja, hast du ein Stern-Tombiel? du hast mich getroffen aber ich hatte halt einen grünen panzer fabian was soll denn das jetzt für einen hassen erik alter ich hab dich auch gleich berührt das fährt sich aber nicht so angefühlt schöne stecke richtig spaß gemacht gefahren fabian dankeschön immer diese strecke ist einfach nicht sehr schön die farbe am ende wieder die bombe kriegt das einfach schon ich habe die noch nie gehabt wenn ich eine hatte habe ich es extra gehalten ist ich das war ich nicht das war erik was mich runtergeboxt man so das wird bei mir nicht mal so angezeigt wie viel hast du in der stimme ich merke fabian was waren das sind für ein lächerlicher ich habe drei pilze für die abkürzung ja schön ich gebe euch allen ich gönne es euch jetzt habe ich noch plattform sieh die scheiße ist warum bist du eigentlich ganz hinter mir mischt es kann gar nicht sein sie hast dich auf was für das ist noch zwei von oder ja das kann ja auch nie anders sein damit so gut raus auf krampf ich mache alles falsch ich habe sie nicht getroffen bei mir bin ich voll richtig durchgefahren gezogen dass er hatte ich ganz auf die fensterstoffe das ist doch bescheuert ich habe dir alles weggenommen bei mir das ist so lächerlich ich habe mir alles kaputt gemacht war das ist es das ist es ja ein abgrund mit alter jetzt habt ihr wahrscheinlich alle irgendwelche ich werde als erstes auch durch die letzte alte markt und ich bin der platz weiter dritte war die eklige von eric die über aber geil geschäft nicht bekommen fabian die habe ich ja nicht gepickt die habe ich ja nicht gepickt die gibt es ja auch ein bisschen auf sagte nein ja wie kann denn so trottelt sein die die schön schönes sound ja noch für da waren alle von misch ach nee aber wisse wer jetzt noch paket immerhin hat fabian ich das hat dir aber im grunde nur geholfen eric weil ich hätte dir sonst die rufe gedrückt ja und die hätte nur dich getroffen und nicht alle das hat sie oder fahrhut das ist ja nur münzen ey das andere immer für items kriegen die erste sind das ist karma ja aber hat mich richtig gelohnt das ist karma ey das ist karma ah Twisty ey du mit deinen grünen Panzer geh weg meinst du den? Junge wieso hast du immer drei grüne Panzer ich weiß ich krieg sie voll auf ich meine aber ich hätte damit weiß dass die snipes nicht oh Tommy lass mal bitte weg ich werfe auf eric ich werfe auf eric ich werfe auf uns beide scheiße scheiße und jetzt gibt es noch kritik spot der kritik spot schade fabian ich habe meine pflanze von der volle schnappen kann das ist ja weil du hast irgendwie das ist ja zum angreifen doch da kommt das zum angreifen pass auf die blaue kommt was hast du denn für items bitte tja wo ist denn die blaue hin? ich will es auch haben er hat sie weg gehupt ich hab schon wieder die doppelbox verpasst ich dully alter er ist schutzlos ausgeliebe fabian führt die order 66 aus den captain slowes ach komm was sind das denn für items damit kann ich doch nicht aufholen das war ein feilger das war ein feilger das war ein feilger anstecker auf mein leben der wird bestraft krasser flonze toll das ich war die schlechtesten items der welt alter ja machst du noch alles jetzt habe ich aber auch keine sekunde eher komm oh erik die farbe wieder rot jetzt hast du auf mich geballert alter 31 punkt der schmeckt ja 32 soll man schon haben ja auch möge die letzte runde entscheiden das warten auf trissi verschlafen endlich wieder beide endlich wieder da endlich wieder beide auf ein neues jahr ja sehr schön sehr wirklich schön dieser zwar werden und äh du bist du fabian ist so ganz braun als erster fabian ist ein hund das ist so die wahrheit eben die rote hier bei mir ich war das auch muss man auch sein ich bin dann wieder alle komisch gerade wieder ja du bist der einzige ja du bist der einzige noch bei Dings geblieben ja ich bleib mir Mario hier treu ist halt einfach dein Lieblingscharakter ja 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 ganz sicher ganz sicher bau snipe uuuu der hat gehilt banner der war vor ah noch ein bau snipe mann ja bucht für sie oh ach mann alter ich komme wieder gebremst ach mann mächtiger das ist doch ein witz ich komme wieder heute einfach eindeutig zu viele blitz mann musste ich mitnehmen ja aber das sind ja eher zwei pro runde oder im durchschnitt ich weiß wie schnell du bist äh bin ich wieder nein äh oha noch mal alge 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 hier fahrt fehler ist weil ich habe gedacht das trifft ich nicht war komisch ja mir schon bis denn jetzt eine v-mann-aktion hier wo ist ein fabian jetzt doch nicht ganz knapp ich habe gleich viele schale beiseite huch an die ersten drei ja das war ich pech fabian keine ahnung also 40 punkte sollte man haben aber abseits von kritik spot jetzt wieder als wir dann sagen drücken es gibt mich nicht mehr meistens mal wenn die räuber meistens damit war es nicht wieder mit einer guten alten folge mario kart ich habe ihr da ganz viel spaß beim zuschauen und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten mal und tschau 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 tschau